He-Man und Masters of the Universe! Ich bin Adam, Prinz von Eternia und Verteidiger der Geheimnisse von Schloss Greyskull. Dies ist Gringer, mein furchtloser Freund. Wunderbare Geheimkräfte erschlossen sich mir, als ich eines Tages mein Zauberschwert ausstreckte und sagte, bei der Macht von Greyskull! Ich habe die Kraft! Prinz wurde zur mächtigen Battle Cat und ich wurde He-Man, der mächtigste Mann des Universums. Nur drei andere kennen das Geheimnis. Die Freunde Sorceress, Man-at-Arms und Orko. Gemeinsam verteidigen wir die Geheimnisse von Schloss Greyskull vor den bösen Mächten von Skeletor. Geheimnisse von Schloss Greyskull Sie sind fertig zum Transport, Beast-Man! Die Drachen-Eier und die Drachen-Perle! Möhmen fand sie im Schleimsumpf! Ha-ha-ha-ha! Der Narr verkaufte sie mir für itternische Silber! Er kennt nicht ihren Wert! Er weiß nicht! Ähm, die Drachen-Mutter! Stopp sie, Beast-Man! Stopp, stopp, hab ich gesagt! Sie verteidigt ihre Eierskeletor! Sie gehorcht mir nicht! Verschwinden wir lieber! Ich brauche dich noch, Beast-Man! Du verschwindest erst, wenn ich es befehle! Bring das Erkart fort, ehe sie wiederkommt! Und tu es sofort! Hä? Wieso glaubst du, du kannst mir immer befehlen? Deshalb! Also, beweg dich! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! Nun, meine kleinen Drachen! Ihr seid bald in eurer neuen Heimat! Ha-ha-ha-ha-ha! Bitte den letzten Gang, Orko! Ah! Ah! Oh, bin ich voll! Schade, dass du nicht zwei Orkos bist! Du könntest doppelt so viel essen! Keine schlechte Idee! Wow, das hat noch nie geklappt! Wäre ich vier Orkos, könnte ich viermal essen! Nang, 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 nang! Jetzt bin ich viermal da! Wetten, ich bin als Zauberer viermal so stark? Wieso nicht? Ich bin viermal so stark! Wieso? Ich bin viermal so stark! Nein, nicht! Ich bin viermal so stark! Hey, Jungs, lass das! Warum arbeitet ihr denn nicht lieber zusammen? Teamwork! Teamwork! Wenn was nicht klappt, geht's nur mit Teamwork! Okay, versuchen wir's mal! Hey, wir haben's geschafft! Nun, es hat aber Spaß gemacht! Der Trick war aber nicht so weltbewegend! Ein Drachenbaby! Ein Drachenbaby! Wie niedlich! Seht mal! Es wird größer! Passt auf! Ihr Majesteten kommt mit mir! Adam holt die Wache! Ähm, ich glaub, ich mag keine Drachenbabys. Bei der Macht von Grayskull! Edith! 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 Ich habe die Kerl! Edith! Los, Drachenfrax, ziel mal schön! Jetzt, Thiemen! Bleib so, Flammenzunge! Brauchst du Hilfe, He-Man? So viel wie möglich! Hoppla, jetzt komm ich! Das ist der härteste Drachen, den ich je rammte! Ha! Vorbei! Da! Flieg hin! Der kam mir gerade recht! Ich wollte nämlich meinen neuen Stacious-Strahl ausprobieren! Der kann sich ein paar Stunden nicht bewegen! Wo kam der Drache wohl her? Nun, Beast-Man hat Macht über Tiere! Und Skeletor hat Macht über Beast-Man! Ich bin so mächtig, dass ich mir selbst Eindruck mache! Aber du machst mir keinen Eindruck! Eines Tages werde ich dir zeigen, was Macht ist! Hast du was gesagt? Nein! Nein! Nein, Skeletor! Das Wachstumseerum klappt wunderbar! Die Drachenbabys wachsen in einer Minute zur vollen Größe! Und wenn du das für Zauber hältst, warte ab, was ich mit der Drachenperle mache! Tila! Evin wurde gerade angegriffen von einem... Lass mich raten! Einen Drachen! Genau! Woher weißt du? In ganz Eternia regnet es Dracheneier! Schau! Zeit für ein Nickerchen! Flammenwerfer! Gut, dass mein Vater mehr als einen Stacious-Strahl gebaut hat! Jetzt! Das wird ihn eine Weile beruhigen! Diese Drachenjagd macht ganz schön müde! Und ich fürchte, wir haben keine Zeit zum Ausruhen! Da sind noch mehr Drachen in den Mystic Mountains! Mein Plan hat vorzüglich geklappt! Während He-Man und seine Freunde die Drachen bekämpfen, bringen wir in Schloss Graysk allein! Der Space Portal wird uns hinbringen! folgt mir! Unser neues Heim! Schloss Graysk allen! Schloss Graysk allen! Wir kommen nicht rein! He-Man und die Sorceress haben uns jedes Mal gehindert! He-Man ist beschäftigt! Was die Sorceress angeht, selbst sie kann der Drachenperle nicht widerstehen! Schloss Graysk allen! acomodele Schloss Graysk allen! larger Sc66 Wir haben auch ohne dich genug Ärger. Ärger? Ich werde dir zeigen, was Ärger ist. Evelyn, richte deinen Zauber hierher. Die Drachenperle verstärkt ihn hundertfach. Ich... ich brauche Hilfe! He-Man! He-Man! He-Man, komm nach Greyskull! Komm, die Sorceress ruft uns! Es gibt Ärger in Greyskull! Du hast die Sorceress in der Drachenperle gefangen! Du hast die Sorceress in der Drachenperle gefangen! He-He-He-He-He! Endlich ist Schloss Greyskull mit all seinen Geheimnissen das Meine! He-Man wird Greyskull nie mehr betreten! Was in Eternia ist hier los? Greyskull ist gefallen, He-Man! An mich! Die Sorceress ist meine Gefangene! Und durch ihre mit ihrer Drachenperle feindlichen Kraft wird auch Iternia mir gehören! Ha-Ha-Ha-Ha-Ha! Ja-Ha-Ha-Ha! Weder Wissenschaft noch Zauberei kann dieses Kraftfeld durchdringen! Es sieht schlecht aus! Wenn was nicht klappt, dann geht's mit Teamwork Hey, ich hab's! Denkt an Adams Worte, vielleicht klappt's mit Teamwork Genau, holen wir alle Drachen hierher Aber Beastmen kontrolliert sie Dann kontrollieren wir eben Beastmen Also los! Bist du sicher, dass die Sorceress nicht entkommen kann? Ich hab die Drachenperle nach Snake Mountain gebracht Außerhalb Grayskull hat die Sorceress keine Widerstandskraft Die Drachenperle entzieht ihr ihre Zauberkraft Wenn das geschehen ist, ist sie für immer Teil der Perle Und ihre Tracht gehört mir! Ha 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 ha! Snake Mountain! Vielleicht geraten wir direkt in Skeletors Hände Nun, wir müssen es riskieren Das ist unsere einzige Hoffnung, Grayskull zu retten Puh, das ist aber schaurig hier Hoffentlich treffen wir hier, Beastmen Du hast mich gerufen, Mickey-Man Oh! 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 Ich mach dich kaputt, Hiemen! Hiemen! Zurück, Hiemen! Das wird ihn beruhigen Und nun? Zu dir, Drache! Ja! Diese Drachen können ja ganz nett sein, wenn Beastmen sie nicht kontrolliert Nimm ihn mit, Tila Wir brauchen alle Feuerkraft, um das Kraftfeld zu durchbrechen Wo gehst du hin, Hiemen? Die Drachenmutter muss hier in der Nähe sein Ich glaube, wir brauchen wohl ihre Hilfe Stratus! All die Drachen sind zahm geworden Ich weiß, Hiemen und Tila haben wohl Beastmen gefunden Bringen wir sie nach Grayskull Wie können die Drachen helfen, Grayskull zu betreten? Wie sonst? Denk an Teamwork Schießt los, Drachen! Es muss klappen! Was? Oh Gott, recht! Wenn wir mit den Drachen im Team zusammenarbeiten Können wir es mit Skeletor aufnehmen Stopp sie! Oh, gewonnen! Glaub ich! Stehen bleiben, Skeletor! Niemals! Schade um die anderen, aber wenigstens ich bin ein Kump Nicht mehr lang! Es reicht jetzt, Skeletor! Das werden wir sehen! Ich gewinne, Hiemen! Deine Sorceress ist in der Drachenperle gefangen! Ich habe jetzt ihre Kraft! Hilfe! Halt dich fest, Skeletor! Hiemen, du bist ein Narr! Ich hätte dich nicht gerettet! Für mich ist dein Leben eben wichtiger! Selbst deines! Mir ist dies wichtiger! Schau es dir zum letzten Mal an! Oh, nein, 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 nein! Wenigstens siehst du deine liebe Sorceress niemals wieder! Absch der Das war's. Danke. Gehen wir nach Hause, Soa. Das ist der Letzte. Sie sind auf dem Weg heim zur Mutter. Was ist mit Evelyn und Skeletas anderen Leuten? Evelyn konnte ein anderes Tor aufzaubern und sie sind dadurch entkommen. Es ist nicht schade, wenn sie fort sind. Aber ich schätze, die kommen wieder. Eins von diesen Drachenbabys wäre ganz nett zum Kuscheln. Ey, langsam. Ich sagte wäre. Das ist der Schauderfahrt. Ey, nicht so aufdringlich. In der heutigen Geschichte versuchte Skeletor Eternia zu erobern, indem er Tiere missbrauchte. Tiere wie alle Lebewesen sollten nett behandelt werden. Hoffentlich denken alle daran, die einen Hund, eine Katze oder einen Hamster haben. Ein Haustier bedeutet auch Verantwortung, denn es ist von uns abhängig. Aber seid euch eines sicher, sie werden unsere Liebe auch immer erwidern. So, ich muss verschwinden. Bis bald. Ja. 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 dernier ねぇ Untertitelung. BR 2018